Unglaublich. Eskalation im Bundestag. Olaf Scholz hat in einer seiner wohl letzten großen Reden als Bundeskanzler im Bundestag für viel Aufsehen gesorgt. Anstatt Zustimmung erntete er Gelächter und scharfe Kritik, nicht nur von der Opposition, sondern auch von anderen Beobachtern. Besonders auffällig war seine Behauptung, die Energiepreise stabilisiert zu haben. Kritiker bemängelten, dass Verbraucher nach wie vor mit hohen Kosten zu kämpfen haben und die vermeintliche Stabilisierung lediglich durch staatliche Subventionen erreicht wurde. Ein weiterer Streitpunkt war Scholz' Umgang mit der Entlassung von Finanzminister Christian Lindner. Ein Interview mit Jörg Kukies, einem engen Vertrauten von Scholz, deutete darauf hin, dass diese Entscheidung möglicherweise schon im Voraus geplant war, obwohl offiziell behauptet wurde, sie sei erst in letzter Minute gefallen. Kukies Verplappern in einem öffentlichen Gespräch verstärkte die Vermutung, dass die Entlassung Teil einer längerfristigen Strategie war, was Fragen zur Transparenz und den internen Machtkämpfen innerhalb der Regierung aufwarf. Gleichzeitig sorgte die Ankündigung des Verfassungsschutzpräsidenten Thomas Haldenwang, für die CDU in den Bundestag zu kandidieren, für Unruhe. Diese Entscheidung bestätigte für viele Kritiker, dass Haldenwangs Nähe zur CDU kein Geheimnis war und möglicherweise seine Arbeit als Präsident des Verfassungsschutzes beeinflusst haben könnte. Seine Kandidatur wirft erneut die Frage auf, inwieweit der Verfassungsschutz tatsächlich unabhängig und neutral agiert. Ein weiteres großes Thema ist der Antrag von Grünen, Linken und Teilen der SPD, die ein Verbot der AfD prüfen lassen wollen. Während fast 50 Prozent der grünen Abgeordneten und ein Großteil der Linken diesen Antrag unterstützen, halten sich viele SPD-Mitglieder und fast die gesamte CDU zurück. Kritiker dieses Antrags sehen ihn als undemokratisch und fürchten eine Blamage, sollte das Bundesverfassungsgericht den Antrag ablehnen. Die politische Lage in Deutschland bleibt hingegen angespannt. Olaf Scholz steht zunehmend unter Druck, sowohl durch interne Streitigkeiten als auch durch die wachsende Frustration der Öffentlichkeit. Die Frage, wie es nach dem Ende der Ampelkoalition weitergeht, bleibt offen. Während die Regierungsparteien mit eigenen Problemen kämpfen, sorgt der Umgang mit der AfD weiterhin für hitzige Debatten. In dieser unübersichtlichen Situation scheint eines klar, Deutschland steht vor einer politischen Neuorientierung, deren Ausgang noch ungewiss ist.